Hi Leute und ein herzliches Willkommen meiner weiteren Aufnahme. They are billions. Äh, okay. Wir müssen auf jeden Fall zumachen. In zwei Tagen kommt... In zwei Tagen geht's los. Haben wir Hütten schon erforscht? Das machen wir als nächstes. Warte mal ganz kurz. Das Spiel ist ganz schön laut, ne? Ich hab's vorhin... Ich hab's vorhin schon ein bisschen runtergestellt, aber bringt irgendwie nicht viel. Ich denke mal, so reicht In-Game-Sound auch aus. So. Habe ich hier nicht raufgeklickt? Lul. Okay. Okay. So. Gegen diese Rennenden ist schwierig, ne? Okay, haben wir Eisen in unserem... Da haben wir Eisen. Okay, jetzt haben wir bessere Häuser. Das ist ganz gut. Jetzt haben wir auch einen vernünftigen Trupp hier. Genau so sehen die aus. Oh nein, die kommt von Süden. Die erste Horde ist gar nicht so schlimm. Oh fuck, ey. Asyn, die könnten auch von hier kommen. Könnte so sein. Ah, 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 ah. Ah. Attention. Building completed. Ah. 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 You again? So. Ah. 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 Ne, da kommt keiner durch. Oh, hier ist noch gut für eine Jagdhütte. Apropos, die kommt von da. Okay, aber das wird easy aus. Oh ne, von da auch. Okay, das ist neu, dass sie von zwei Seiten kommen. Cool. Ich weiß nicht, vielleicht erkunden wir wirklich hier so. Und vielleicht müssten wir schon Lager bauen. Ja, Marktplatz wäre noch cool. Da sparen wir auf jeden Fall Nahrung. Guck mal, hier ist auch total viel Grünfläche. Müssten wir anfangen mit Eisen, ne? Ja, jetzt fehlt uns nämlich Nahrung. Luzifer. Ich weiß nicht, was Luzifer ist, deswegen nehme ich das mal. Niemand weiß, ob Luzifer ein Mensch, eine Maschine oder ein Geist aus der Hölle ist. Das Feuer von Luzifer kann ganze Horn von Infizierten vernichten. Er kann nicht durch Mauern angreifen, aber er ist immun gegen Feuer. Luzifer. Luzifer. Luzifer stelle ich mal hier hin. Ähm, hier könnte noch eine Farm gut hin. Ja. Ja. Ja, und ein Lager wäre nicht schlecht. Ein Lager. Das ist relativ groß. Guck mal, hier ist so toter Raum. Hier. Hier, hier. Hier. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier ist es noch nichts, was Sie sagen. Hier, hier. Hier, hier, hier ist alles, was Sie sagen? Oh, das ist alles, was Sie sagen. Hier ist doch knackig. Und auf dem Marktplatz warten wir noch und eine Mühle. Das sammeln wir hier erst auf, wenn wir die Lagerhalle haben. Sonst verschwenden wir das nämlich. Okay. Wir haben Minus-Eul wegen Lucifer auf jeden Fall. So. Gasthaus? Nee, auch nicht. Genau, den Steinmetz würde ich gerne erforschen. Die Mädels hier sind ganz gut unterwegs. Ich überlege gerade. Wo es sich halt gut lohnt zuzumachen. Guck mal, hier ist auch so ein Durchgang. Aber okay, hier ist alles safe now. Ähm... 40 Steinmetz kostet einen Marktplatz. Na, dann mal go. Steinmetz brauchen wir 20 Arbeiter. Ah, hier ist gar nichts. Das ist sehr gut. Okay, great. Okay, let's do this. Yeah. Are you sure? You again? Dann könnte man sich quasi... Dann könnte man sich quasi... Technologie-Technologie... Technologie-Research finish. So. Aber jetzt brauchen wir Energie. Warte mal, Markt. Markt wäre erstmal wichtiger. Ja, ihr seht. Hier kriegen wir alle Häuser. Da können wir richtig Nahrung sparen. Äh... Und der Steinmetz kostet Energie und Stein. Also nochmal ein Müllchen. Hier am besten. So. Hier haben wir schon... ...ein Veteran dabei. Das ist auch cool. Okay. Yes. Jetzt sichern wir hier mal ab. Boah, es wäre ganz gut, wenn wir das hier noch bekommen. Okay. Hm, 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 hm. 20 Arbeiter haben wir gleich und Stein kommt dann. Kriegt er keine Erfahrung, wenn er da oben drauf ist? Doch, oder? So. Stein dauert. Stein dauert leider. Aber es ist okay. Äh... Äh... Ah, Quatsch hier eigentlich. Da kommen die Veteranen rein, auf jeden Fall. Ja, und hier noch, ne? Hier noch und hier noch. So. Dann haben wir ein schönes Gebiet nochmal. Oh, das ist wirklich 40 Steine, ne? 40 Steine. Jetzt haben wir nicht mehr genug Arbeiter wegen diesen ollen Tesla-Towern. Äh... Dann haben wir hier das. Das ist gut. Ach so, okay. Das ist gut. Sehr schön. Wir haben voll viel Ressourcen und so. Außer Energie. Jetzt fehlt schon wieder Energie. It's a circle of the devil. Fallfalle. Das machen wir mal. Das klingt irgendwie sehr erfolgsversprechend. So, nochmal Energie und dann den Steinmetz bauen. Ich glaube, der Steinmetz ist sehr wichtig. Hier machen wir den. Dann kommen die ja von hier. Kosten Eisen. Wie viel Eisen haben wir denn? Zehn Eisen. Es könnte auch sein, dass sie von da kommen. Ja, die kommt von da. Der patrouilliert hier. Ja. So tired. Last night was amazing. You again. Yes. Building completed. Wir haben eine Balliste. Oh ja, das ist gut, oder? Ach du Scheiße. Aber gut. Das war's schon. Gott sei Dank. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, Mann, hab ich ne Pumpgun. So, sind wir bei 20 Minuten. Ich würd sagen, machen wir beim nächsten Mal weiter. Haut rein, macht's gut. Untertitelung. Steinmetz. 記 mountainsh CCTV. Was 70h oder 46h. Bog test fest.